Der Sender schickt fünf Datagramme ab, die über einen Router ins Internet gelangen. Dabei kann es passieren, dass ein Datagramm im Router verloren geht. Oder es wird das gleiche Datagramm vom Sender zweimal nacheinander losgeschickt. Dies geschieht beispielsweise, wenn der Sender nicht rechtzeitig eine Nachricht über die erfolgreiche Ankunft des ersten Datagramms erhalten hat. Die Datagramme können über verschiedene Routen zum Empfänger gelangen. Dabei kann es passieren, dass ein Datagramm ein anderes überholt und so die Datagramme in einer verkehrten Reihenfolge beim Empfänger ankommen. In diesem Beispiel geht auch das letzte Datagramm in einem Router verloren. Es kommt eine unvollständige und ungeordnete Datenfolge beim Empfänger an.